Die digitale Unterschrift ist der einfachste und schnellste Weg, einen Kreditvertrag mit einer Bank sicher zu unterschreiben. Was Sie dafür benötigen? Einen gültigen Personalausweis, ein Handy mit gültiger Mobilfunknummer oder ein Endgerät mit Webcam und stabiler Internetverbindung. Wie das genau funktioniert? Im ersten Schritt weisen Sie in einem Videotelefonat Ihre Identität nach. Folgen Sie dabei einfach den Anweisungen des Ident Service Mitarbeitenden. Sie erhalten jetzt eine SMS mit einer TAN und tragen diese in das Feld auf Ihrem Bildschirm ein. Und das war's schon. Ihr Kreditvertrag ist erfolgreich unterschrieben und wird dann an die Bank übermittelt. Der Kredit wird jetzt an Sie ausbezahlt.